Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feindem-Podcast Episode 248. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Die Woche war zwar voll mit Arbeit, aber so richtig was Spektakuläres erzählen kann ich eigentlich fast gar nicht. In der vergangenen Woche sah es ähnlich aus. Da hatte ich allerdings den einen Fall, dass ich in Podcast-Rettungsmissionen unterwegs war oder vielmehr in Podcast-Support-Missionen, denn Judith und Sascha haben zusammen eine Folge Geschichte der Deutschen aufgenommen. Da ging es um Fossilien. Also Sascha war zu Gast bei Judith über Studiolink und hat aber kein eigenes Equipment und deswegen bin ich mit meinem Kram zu Sascha gefahren. Und habe das also alles soweit technisch begleitet, diese ganze Geschichte und habe dann die Gelegenheit genutzt, mich von Sascha bekochen zu lassen und auch dort zu schlafen. Denn am nächsten Tag hatte ich Frühdienst und insofern war es natürlich eine ganz hervorragende Gelegenheit, ein bisschen Zeit mit einem sehr netten Menschen zu verbringen und das Ganze auch noch mit etwas Nützlichem in Anführungszeichen zu verbinden. Nämlich einerseits mit einer Podcast-Produktion und andererseits mit der Arbeit. Das hätte ich ja sowieso irgendwie machen müssen. Also ich hätte sowieso in Kiel irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht. Und das fand ich doch dann ganz charmant, dass das geklappt hat. Und ich habe da auch ganz gerne zugehört. Noch ist die Episode nicht veröffentlicht. Werde einfach mal ganz pauschal die Geschichte der Deutschen verlinken. Dann könnt ihr einfach da ein Abo dalassen, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Und könnt einfach dann benachrichtigt werden, wenn es eine neue Episode gibt. Und Dienstag war ganz wahnsinnig aufregend. Ich war in Hamburg, denn meine Lieblingskollegin Janine hatte Karten organisiert für Volbeat. Die dänischen Rocker waren in der Barclay-Kart-Arena und wir hatten Karten, zumindest auf dem Rang, waren noch Plätze frei. Und die haben wir uns natürlich dann gekauft und haben einen tollen Abend gehabt. Ich bin irgendwann nachmittags losgefahren nach Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr wann, keine Ahnung. Bin dann da ein bisschen ziellos am Bahnhof Altona rumgestolpert. Denn sie hatte mir genau beschrieben, welchen Bus ich nehmen soll, um quasi direkt bei ihr vor der Haustür rauszukommen. Und dann habe ich aber den Bussteig nicht gefunden. Und während ich so rumirrte, fuhr der Bus dann an mir vorbei. Und er hat natürlich auch trotz Winken nicht mehr angehalten, wie das halt so ist in der großen Stadt. Das ist hier in der Kleinstadt doch ein bisschen einfacher. Aber eine halbe Stunde später fuhr der nächste, von daher hatte ich also überhaupt keinen Stress. Und was war noch? Achso, ja, das Konzert, natürlich. Also wir haben dann, nachdem wir noch ein bisschen Kaffee und Kuchen getrunken haben, sind wir dann langsam dahin gedüdelt. Sind ein Stück mit dem Bus gefahren, den Rest dann gelaufen und noch irgendwie, also Umwege erweitern ja die Ortskenntnisse. Also einmal falsch abgebogen, kurz vor der Arena und sind dann sozusagen von hinten herangeführt worden. Das war aber auch kein Problem, denn wir waren eigentlich noch früh genug. Wir hatten gesagt, wir müssen jetzt nicht pünktlich um 18.30 Uhr zum Einlass da sein. Und insofern haben wir Denko Jones als Vorgruppe verpasst. Und als wir reinkamen, war gerade Umbaupause. Dann haben wir gesagt, dann können wir uns nochmal irgendwie nach draußen stellen und müssen da ja nicht die ganze Zeit sein. Oder nee, Baroness haben sogar schon gespielt, als wir kamen. Ach, ich weiß das nicht mehr. Ja, also Baroness ist jetzt nicht so die Offenbarung. Das war zwar nicht schlecht, was die gemacht haben, aber hat mich nur wirklich nicht vom Stuhl gerissen. Und Wallbeat war natürlich klasse. Die hatten eine richtig coole Video-Installation. Das war sehr cool, eine, ich glaube, achtteilige Video-Wall, die erst vor der Bühne, also die sozusagen am vorderen Bühnenrand auf dem Boden stand und dann so hochgezogen wurde und dann wirklich also auch da blieb für die ersten paar Songs. Und das fand ich schon ganz gut. Und dann fuhren die einzelnen Segmente getrennt voneinander über so ein Gerüst nach hinten und gaben also dann für uns, also wir saßen ja auf dem Oberrang rechts von der Bühne, gaben dann für uns auch den Blick auf den Schlagzeuger frei und haben dann noch, also wir haben dann nicht mehr so viel von der Video-Wall gesehen, aber da lief sowieso nicht immer das Bild von der Bühne, sondern auch mal irgendwie so eine Animation beziehungsweise so ein Film. Ja, das war, also war eine sehr, sehr geile Show und hat riesen Spaß gemacht, wobei ich aber auch sagen muss, dass der Funke nicht ganz bis auf den Oberrang übergesprungen ist. Also war jetzt nicht so, dass wir das ganze Konzert gestanden hätten. Doch, aber hat mordsmäßigen Spaß gemacht. Und dann sind wir dann auch gemütlich nach Hause gedüdelt. Ich habe dann bei Janine übernachtet und bin am nächsten Morgen nach dem Frühstück sehr, sehr entspannt nach Kiel gefahren, denn ich hatte da noch die Spätschicht erwischt, habe mir da noch was zu essen besorgt. Ach nee, genau, ich war ganz begeistert von, ich war erst, bevor ich losgefahren bin, war ich noch im Mercado, ein Einkaufszentrum in Altona. Ich finde ja immer, da klingt so ein bisschen wie ein Harry-Potter-Zauberspruch. Und da ist ein Edeka drin, wo ich eigentlich was ganz anderes wollte, aber ich kam rein und stand vor einer sieben Meter langen Salatbar, so zum selber anmischen. Und das fand ich so großartig, dass ich gesagt habe, warum eigentlich nicht einen Salat mitnehmen für die Fahrt als Mittagessen. Und was ich noch geiler fand, die verkaufen da Tupperdosen, frisch gereinigt, steht zumindest dran. Und dann kannst du halt so eine Tupperdose aussuchen in verschiedenen Größen. Und da hat die Waage, die diese Strichcode-Etiketten ausdruckt, die hat dann eben eine Tastenkombination für kleine oder große Einwegschüssel oder beziehungsweise kleine oder große Tupperschüssel. Und dann kaufst du halt die Tupper zusammen mit dem Salat. Fantastisch. Das ist einfach großartig. Andererseits muss man natürlich fairerweise auch sagen, ein System, wo ich meine eigene Schlüssel mitbringen könnte, wäre noch besser. Aber ist wohl organisatorisch schwer zu machen, schätze ich mal. Ich habe gar nicht nachgefragt. Aber das würde ich noch geiler finden. Und der Salat war einfach super. Also es war ganz vielfältig. Und ich hatte dann die Gelegenheit, mir einen Salat zusammenzustellen, der tatsächlich komplett mit Nullpunkten bei Whitewatcher dann gewertet wurde. Und in Kiel habe ich dann, wie gesagt, einfach nochmal was fürs Abendessen besorgt. Bin dann relativ zügig ins Funkhaus gegangen. Habe da mal eine Spätschicht gemacht bis 22 Uhr. Und dann war ja auch noch betriebsfest. Und gleich mehrere Kollegen haben insistiert, dass ich doch gefälligst mitzukommen hätte. Und das war tatsächlich sehr schön. Also die Stimmung war ganz toll. Wir waren in der Lillebräubrauerei in Kiel im Eichhof. Und das ist einfach so von der Location her ganz geil. Also in einer Brauereihalle haben die so einen kleinen Schankraum. Und wir hatten dann eben noch als Eventfläche die restliche Brauerei mit dazu. Und das war richtig, richtig gut. Es gab Buffet und Johns Burger Box war mit dem Food Truck da. Das war natürlich ein Knaller. Ich bin ja ein Riesenfan von Johns Burger. Seitdem ich die das erste Mal 2011 auf der Kieler Woche gesehen habe, sind einfach richtig, richtig gute Burger, die die machen. Und entsprechend war das natürlich dann auch ein ganz erfolgreicher Abend. Und ich hatte die Gelegenheit auch ein bisschen Bier zu trinken. Denn die Kollegen aus dem Studio Heide, die mit waren, haben gesagt, ja klar, können wir dich rumfahren zum Bahnhof. Und ich dachte ja erst irgendwie nach Kiel. Und dann stellt sich aber raus, dass die sowieso über Rendsburg gefahren sind. Und dann konnte ich da gemütlich mitfahren und bin dann von Rendsburg aus aber auch erst um halb zwei oder was zu Hause gewesen. Mein lieber Schwan, das war dann ein langer Tag und war spät. Aber es hat sich, wie gesagt, absolut gelohnt. Das war ganz, ganz großartig. Gut, also es ist jetzt, also wenn ich das aufnehme, ist Freitagnachmittag. Ich habe noch gar nicht angefangen, irgendwelche Sendungsnotizen oder dergleichen zu machen. Das heißt, die Folge wird noch ein paar Tage rumliegen müssen. Aber kriegen wir auch noch fertig. Ich muss jetzt allerdings mich ein bisschen ranhalten. Denn die, ich soll auch noch kochen heute. Es gibt ein gelbes Curry mit Ofengemüse nach einem HelloFresh-Rezept. Denn damals, als wir HelloFresh-Kunden waren und beziehungsweise als wir uns regelmäßig von denen beliefern ließen, habe ich natürlich ganz schlau sämtliche Rezepte aufgehoben. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal immer noch mal was nachgekocht. Und das finde ich ganz schlau, denn die Rezepte, die die haben, sind ja echt lecker. Und wenn man dann halt losgeht und sich den Kram im Supermarkt kauft, geht ja auch. Und deswegen gibt es heute ein gelbes Curry. Mit leider gab es hier, habe ich keinen Supermarkt gefunden. Beziehungsweise ich war ja auch nur in einem. In dem Supermarkt, in dem ich war, gab es leider kein Nahenbrot, das es dazu gegeben hätte. Aber die hatten dann so Kebabbrot zum Aufbacken. Und jetzt habe ich das mitgenommen. Mal gucken, wie das wird. Ja, dann haben wir ja heute den 15. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das heißt, es ist auch ein neues Nord-Süd-Gefälle rausgekommen. Das war eine ganz schön alberne Folge. Wir haben sehr gelacht. Ihr könnt ja mal gucken. Ich verlinke das in den Shownotes. Vielleicht gefällt euch das. Und ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Episode, in der letzten, genau 247, da hatte ich um Feedback gebeten zu einigen Sachen. Und Rüdiger hat mir einen Audiokommentar geschickt, in dem er dazu Stellung nimmt. Hier ist er. Hallo Jörn, hier ist Rüdiger. Du hattest in Folge JSFP 247 um Feedback gebeten, zu Änderungen, die du gemacht hast im Blog und zu den einzelnen Podcast-Folgen. Dazu mal meine Anmerkungen. Also zum Blog generell, oben die Vorankündigung, fand ich eigentlich eine gute Idee, weil dann weiß man, was auf einen zukommt oder ob man vielleicht noch mal länger warten muss. Also ist eine nette Sache, sag ich mal so. Kann man beibehalten. Was ich sehr geil fand, weil das sehe ich nämlich nicht nur im Blog, sondern auch bei den einzelnen Kapitelmarken in den Podcast-Folgen, das sind die Verlinkungen zu den einzelnen Webseiten oder Infos, ums die da geht. Also das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Das ist nämlich richtig praktisch, weil man sonst immer wieder zurück zum Blog muss und dann darauf klicken. Also das, ja, behaltet das ruhig bei. Also mir gefällt das richtig gut. Im Nord-Süd-Gefälle hast du das ja auch gemacht. Also von daher, das finde ich gut. Was mir so aufgefallen war, dass, ja gut, ist mehr so eine optische Sache. Du hast, glaube ich, die letzten acht bis zehn Folgen im Blog in der Größe und Schriftart gewählt als die älteren Episoden. Na ja, das irritiert mich jetzt so ein bisschen von der Schriftgröße. Das ist aber eher so ein optisches Ding. Was ich gut fand, dass du die letzten Folgen mal kurz beschrieben hast mit einem beschreibenden Text, um was es da geht. Also das finde ich gut. Ja, das war es von meiner Seite so und, ja, viel Spaß beim Aufnehmen der nächsten Folge und wir hören und lesen uns. Bis dann. Tschüss. Ja, ganz spannend. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Das ist eine gute Einsicht, denn von, von, auf meiner Seite macht diese ganzen Änderungen ja total viel Sinn. Also einerseits, ja, natürlich so die, dieser Vorschau-Gedanke, den fand ich, finde ich auch ganz gut. Das bleibt auf jeden Fall. Die Aufteilung auf der Startseite vom Blog, ja, da muss man dann nochmal gucken, dass ich also die jeweils neuste Episode wirklich auch in ganz großem Detail mit Teilen der Shownotes dann zeige. Das ist ja schon mal ganz gut. Und, die andere Geschichte, ach so genau, dass dann weitere zehn Folgen nur mit dem Beschreibungstext angezeigt werden und dann nochmal fünf nur mit der Überschrift und dem Veröffentlichungsdatum, das ist tatsächlich Absicht, dass es, dass man einfach schon optisch erkennen kann in so einer gewissen Abstufung, so hier sind die neuesten, in dem Fall dann eben 16 Folgen und alle weiteren werden dann halt im Episodenarchiv verlinkt. Ja, da müsste ich vielleicht nochmal mit jemandem drüber, der irgendwie Ahnung von Design und Layout hat, ob man das vielleicht irgendwie ein bisschen schicker gestalten kann. Mal sehen, muss ich mir mal Gedanken machen. Oder ob ich vielleicht einfach auch nur den Titel der Episode in der gleich großen Schrift anzeige und das Veröffentlichungsdatum dann entsprechend ein bisschen kleiner. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und die Links in den Kapitelmarken, das ist ein Feature, das habe ich schon mal relativ unregelmäßig benutzt. Das Ding ist halt immer, ich muss aktiv daran denken, diese Links einzufügen. Also, vom Prozess her ist es ja so, ich nehme eine Folge auf und danach höre ich die nochmal komplett durch und setze eben, schneide Dinge raus, wo es irgendwie, was weiß ich, Störgeräusche gab, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Nachricht auf dem Handy kriege, weil das noch nicht stumm geschaltet war oder weil ich mich irgendwo versappelt habe und irgendwie nochmal einen Satz neu gesprochen habe oder was weiß ich, kommt ja auch mal vor, dass jemand anruft oder irgendwie, dann diese solche in Anführungszeichen Fehler schneide ich raus und setze eben die Kapitelmarken und das ist eben eine Zeitmarke und die kriegt einen Titel. Das kann ich dann wiederum bei Auphonic importieren und dann wird das eben als Kapitelmarkendatei rausgerendert. und was ich jetzt eben nach diesem Importvorgang machen kann, ist zusätzlich auch noch händisch da irgendwelche Links einfügen und das hat mich, bisher habe ich da auch ganz häufig einfach nicht dran gedacht und habe dann, wenn die Datei, also wenn das schon alles fertig war, gedacht, ach, hast du schon wieder vergessen. Das werde ich jetzt dann mal überlegen, ob ich das in den, ob ich das häufiger mache. Ich finde es eigentlich ganz geil. Andererseits habe ich natürlich auch irgendwo ein gewisses Interesse daran, dass sich die Leute mein schönes Blog angucken. Da habe ich ja dann auch irgendwie Shownotes drin, die irgendwie aufbereitet sind und so weiter und so fort. Also bin ich ein bisschen ambivalent, aber andererseits, wir leben gerade in so einer Welt, wo alles und jeder eine eigene App für allen möglichen Quatsch entwickelt und wo Homepages und Websites dann eben nicht mehr so wichtig sind. Ich persönlich mag ja Blogs und ich freue mich über jeden, der dort vorbeiklickt. Aber das ist ja das Gute, man muss immer noch mal vorbeiklicken, um irgendwie einen Kommentar da zu lassen oder um zu gucken, wie ist nochmal die E-Mail-Adresse, an die ich einen Audiokommentar schicken kann. Insofern ist das vielleicht dann das, was die Leute noch auf meinen Blog locken kann. Und ansonsten werde ich mir überlegen, was ich von den ganzen Sachen noch weiterhin in die App mit anzeigen lasse, in die Podcast-Apps. Ja, das war's von dieser Seite. Von mir übrigens, auch wenn das jetzt diese Woche echt hochgekocht ist, von mir gibt es noch nichts zum Thema Podimo. Das ist ja was, das die Twitter, also die Podcast-Szene gerade so ein bisschen aufrührt. Ein neuer Dienst, der am Horizont auftaucht und sich ein bisschen ungeschickt verhalten hat. Hashtag Porzellanladenelefant. Da gibt es eine Menge Aufruhr gerade und das möchte ich auch nochmal aufarbeiten, aber erst, wenn sich der Staub gelegt hat. Und bis dahin bin ich weiter der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert ist. Oder bis nächste Woche wünsche ich euch eine tolle Zeit. Tschüss!